so da sind wir wieder ja es geht direkt los wir sind in münchen am hauptbahnhof und ich habe uns mal eine 103 rausgesucht habe immer schnellen quick drive erstellt und wir werden mit der 103 nach augsburg kutschen der schönsten fuckerstadt der welt aufrüsten so batterie ist die andere jetzt ist er an luftdruck ist ausreichend für den pantographen den müssen wir natürlich noch vorwählen sorry dafür sind fahrtrichtungswender nach vorne schalten und graf vorwählen einmal schnellen maschinenraum hüpfen mit p das morit hoch ein bisschen gedrückt halten immer die tasten zu spitzensignal eine ewigkeit hauptschalter immer eine gute idee handband ist der angekommen ist der angegangen jetzt ist jetzt ausgeschaltet das heißt diese dinger hier ist wie im flugsimulator so ist eingeklappt handbremse ist gelöst licht ist an der z z z a haben wir kurz weiter nicht dann vergessen wir die auch nicht führerstands licht vielleicht noch ein paar leute noch einsteigen lassen und die lzb mal sehen ob wir das hinkriegen fahren über die highspeed strecke so was bei den fahrgästen steigen wir fröhlich ein und zu können uns ein bisschen hier umschauen ja so kennt man das doch so jetzt springen wir weiter ne springen nicht weiter doch jetzt sind wir im abteilwagen sie aus erste klasse die fahrgäste die verschwinden da immer großraum abteil ich denke hier sonst auch immer noch ein klappstuhl ich weiß nicht wie der jetzt aber darum springt hier wie er lustig ist ja ja bis zum wagen geht irgendwie nicht nur ja hast du dich mit drin ja eigentlich schon jetzt glaube ich deine vorletzte ja genau das probieren wir noch mal das juckt denn hier gar nicht ach mit rechts ne da will er nicht hinspringen im bistrowagen ok der maschinenraum maschinenraum gibt es hier nicht ob man ins leere der ist nicht mehr simuliert den kann man ja auch von außen gar nicht sehen irgendwie ja und reingehen kann man auch nicht so haben wir alles habe ich was vergessen was sagt der chat fahrt rissen von dem nach vorne und ab oder was ist mit den türen die können wir noch mal eben schließen und zwar mit schiff t mittlerweile ja das ist die lange version das lohnt sich und wenn man ein geld raus schmeißen dann kriegt man hier 70 zentimeter mehr lock und wir mussten auch die lange version nehmen weil sonst hätte der rock gar nicht mit hier in den führerstand reingepasst das ist jetzt da genau wie vergessen als bremse lösen bremses gelöst hat bremser alles gut oder irgendwas haben wir noch nicht da sind auch automatisch sind ja auch schon eben angesprochen ich habe nichts gehört aber ich habe auch keinen ton das machen wir schon mal mit an fahrmotor lüfter bleiben auf automatisch und schalte es noch an ja auch die alte müssen nun sein die außen jetzt wieder aus ne jetzt ist ausgeschaltet steht um ausgeschaltet da ist eingestaltet so händler drin auf jeden fall kann man gucken ob die tür zu ist ist auch noch nicht so unwesentlich ich probiere es einfach mal das muss doch passen jetzt ja aber ob sind die locks kaputt kann ich nie arbeiten geht doch rollt läuft ein bisschen geduld haben mit der alten lady ja die ist ja schon alt so wechselblinken ja das soll eine 40 sein da vorne denke ich mal wenn es aber schon ja sonst komme ich immer mit den anzeigen durcheinander ach so aber du kannst doch auch das video stoppen dann so 40 und 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 es ist aber nicht schlecht für münchen ja gut bei der auflösung recht verbringen ist auch gar nicht das problem wegel ist ganz fies ja das stimmt wenn ich dann noch an die eine aufgabe von mittel reels mit dem dostos und der 111 bei dem winter im nebel daraus eine diashow oder die simulatoren 2013 ich bin mal gespannt auf die lzb hast du die eigentlich eingeschaltet die habe ich eingeschaltet ist aber natürlich nicht wie bei den anderen loks mit der lzb da passiert gar nichts automatisch wir müssen dafür sorgen dass wir das tempo halten damit auch noch bestätigen ja ja ich glaube in einer geschwindigkeitsänderung kommt mit g oder sowas muss man die bestätigen das ist ein quick drive das ist kein szenario wir haben jetzt einfach mal quick drive gemacht weil es für die lange version noch keine szenarien gibt und wir noch nicht die zeit hatten da selber was sowas für wieso was ist denn eigentlich an dem hinterriegelwagen schlechter als an den anderen wahrscheinlich ist da eine nütze zu wenig oder so was noch hier schön ach klick stimmt die kürze sind wir auch immer so wendem dinger dann ja ich bin schon was mein geschmissen hier schön taurus ich kann ja und die geschwindigkeitsbeschränkungen gar nicht mehr kennen aber ich sehe 120 das passt dahin kommt eine 90 kurve ich weiß jetzt gar nicht wie die er wagen von innen aussehen von rw 0381 ich weiß jetzt gar nicht wie die er wagen von innen aussehen von rw 0381 aber wenn ihr hier die lok kauft dann könnt ihr mittlerweile auch von rw 0381 die das ganze rollmaterial auch bei vr kaufen wir haben das in ihren shop integriert neulich ist dann vielleicht ein bisschen besser wenn wir nach uploads gucken obwohl das wird sich jetzt noch herausstellen müssen wie da die politik ist wo die schneller erscheint die erst bei rw 0381 im shop da drinnen stehen oder ist bei oder gleichzeitig bei virtual roads wenn die gleichzeitig bei virtual roads drinnen stehen hat man halt den vorteil dass man an einer ecke noch updates suchen muss ja diese update suche ist ja auch immer so eine sache ne ja das ganze rollmaterial update abzudiert zu halten und die strecken also das ist schon manchmal ein bisschen nervig ich habe jetzt kommt 90 und das ist das ihr wandeln das habe ich auch an ihr gekündigt ich habe es nicht und hast du mir das falsch vorgelesen aus dem buch fahrplan buch fahrplan es gibt kein oder wie heißt das moment ja doch ich habe jetzt gerade noch auf die anzeigen f3 gegen sie ja f3 gegen sie ja und Das war nur vom 1.0. Muss man da vorbeikommen quasi. Ja schon. Aber sonst geht es ja immer so, wird man da nur so ein bisschen abgeleitet von der Hauptstrecke. Das weiß ich nicht von der Highspeed-Strecke hier, ob man da runtergeleitet wird. Ah, siehst du da ist ein Band. Wie es hinhört. Ja, 120 Abo. Ja, gerade schreibt jemand im Chat, das Wetter ist so realistisch. Regnet es in München? Müssen wir direkt noch Fragen in den Chat. Das wird nicht besser sein, als mir überhaupt erzählt. Ja, war auch schon den ganzen Tag. Nee, dies Jahr war ich nicht auf der GamesCon, da hatte ich einen anderen Termin. Nächstes Jahr ist noch ein bisschen Zeit. Musst du ja schon mal frei halten, ne? Im August. Ja, das lass ich mal noch offen. Ist das immer noch 100 oder ist das 160? 160. Mh, ich glaube schon. Ich könnte auch einfach hier unten drauf achten, jetzt kommt hier vielleicht 200. Aber da muss doch noch ein LZB kommen, da ist er. Ah. Muss er gestehen, ich bin noch nie LZB gefahren mit der Lok. Ja, ich glaube ich bin einmal auch schon gefahren. Aber man muss selber die Geschwindigkeiten hier drauf haben. Das macht sie nicht selber. Da man ja auch keine AFB hat. Mhm. Dafür meckert sie dann auch bei 160 rum, wenn keine LZB da ist. Wenn man zum Beispiel Berlin-Wittenberg fährt, macht die LZB eine Zwangsbremsung. Ja, ja. Oder die PZB macht eine Zwangsbremsung. Ich weiß nicht, ob ich da eine LZB eingeschaltet habe. Ich glaube nicht. So, 39 Fahrstufen. Unglaublich. 285 mit der Lok, das glaube ich nicht. Steht hier was? 200. Da, Kollege. 200 ist Schluss. Schneller wird nicht gefahren. Ja, jetzt hat man hier am Tabu das kleine Dreieck. Das zeigt die LZB an, was man fahren darf. Und wenn jetzt eine Geschwindigkeitsänderung kommt, dann läuft das so langsam runter und wird einfach in der Simulation hier genutzt, um die Bremskurve darzustellen. In dem Bereich, in dem man sein muss, bevor es eine Zwangsbremsung kommt. Ach, der Chat. Der Chat und die Sifa mögen sich nicht. Ja. Schließen die sich gegenseitig aus? Ja. 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 Lärmschutzwände verhindern, dass wir von der Seite in der Sicht bekommen. Ja. 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 Das heißt, man sollte man vielleicht auch bremsen. Jetzt hatten wir uns klacken gehört. Hier finde ich kein schlechter Menner. Das ist 280. Ja, das kann man auch super nicht erkennen. Unsere Auflösung ist heute ein bisschen kleiner. Das Einzige, was man lesen kann, ist die 8 so ungefähr. Das ist auch, weil das ein bisschen transparent ist. Ich mache das immer nicht so transparent. Das ist schon stark transparent, ne? Aber sonst nimmt es halt so viel Platz weg irgendwie. Das ist gut. Das ist eigentlich an den Seitenscheiben auch Regeneffekte. Können wir mal gucken, ob wir eine Ansicht von der Seite kriegen. Ja, läuft auch schön runter hier. Sogar in die richtige Richtung. Ich könnte mir das hier ein bisschen größer machen. Aber ja, dann seht ihr wieder nur Instrumente und wir machen Instrumentenflug. Das Funkgeräusch finde ich immer schön. Ein bisschen Abwechslung. Ja. Ja. Ich finde auch bei der Lok ist es halt so, dass die nicht so monoton ist. Von der Rollschulisse, ne? Ja. Ja. Durch, dass die Lüfter mal arbeiten sollten, oder? Ja. Ähm. Ja, möglich. Ja. Hier und auf. Ach. Gott sei Dank habe ich die Batterie nicht ausschalten können. Ich versuche einfach mal den Scheibenwischer hier anzukriegen. Schön mit C. Mit C? Ja, einfach nur C. Okay. Ich glaube, den Speed kann man noch irgendwo anders runter regeln, das Intervall. Aber das lassen wir jetzt machen. Ja. Aber das ist echt cool, dass die sich jetzt nicht gleichzeitig bewegen. Also, die verschiedenen... Ja, die laufen hier auch unabhängig von. Ich glaube, man kann sogar das Intervall unabhängig einstellen. Das ist echt cool. Ja, ja, siefer, siefer, siefer. Ja, ich finde es gerade nicht, wo es ist. Ja. 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 Das ist krass. Ja. Ich glaube, das war auch gar nicht so einfach, das zu implementieren. Das hat die Lok wahrscheinlich um zwei Wochen verzögert. Ja. Ja, da gibt es Probleme oder sowas. Ja. Mike Coles hatte da mal geschrieben. Ja. Wie oft die Scheibenmischer schnell hin reagieren, das hat auch viel mit dem eigenen Rechner zu tun. Das ist durch diese ganzen Scripting-Kram. Ja. Gar nicht so einfach. Es wundert mich eigentlich auch, dass der heute nicht im Chat ist. Oh, ist ja noch ein bisschen Zeit. Sonst wäre der immer da. Ah, dann guck, wieder 200 fahren wir ja schon. Oh, schöne Brücke. Ja. Gute deutscher Beton. Du drückst eigentlich auch manchmal so, bei dem wir die Vorbeifahren jetzt einfach immer so auf Verdacht-Sifa. Ja. Immer. Immer-Sifa. Ständig. Immer-Sifa. Alle zwei Sekunden. Wow, das ist ja noch ziemlich normal. Trecky Air geht mit einem Zusatz-Plugin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der... Ah, Frank zockte oder was war das vorhin? Ob der noch da ist. Das hat mich immer gebeten, ein bisschen was zu mir zu erzählen. Und vielleicht einige, die mich noch nicht kennen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Wird nämlich allgemein im Thema Simulation. In letzter Zeit oder im letzten Jahr, wo der Channel so entstanden ist, viel Zugsimulationen auch. Dadurch haben wir Hoppo und ich uns nicht kennengelernt. Man tauscht sich ja dann auch mal aus. Und in neuster Zeit ist das auch viel Fliegen im X-Plane. Und da komme ich gerade deshalb drauf, wegen der Trecky Air-Frage. Ich fahre die meisten Videos, wenn die Unterstützung gerade vorhanden ist, mit Trecky Air. Auch im Zugsimulator. Ja, wir kennen dich alle. Das sah vorher noch nicht so aus. Wir haben einige schon befragt und der Hoppo hat ja wohl zwei, drei Abonnenten mehr als ich. Aber nur zwei, drei mehr. Ja. Und für die wollte ich das nochmal hin. Unwesentlich, unwesentlich. Ah, der Raptus ist da, wie schön. Ja. Cool. Der macht auch immer schön in Ice James. Ja, es ist total schwierig, die Experten einzufahren. Das kann nicht jeder. So cool wie ich gehe. Alles im Griff. Selbstironie. Ja, das ist auch ein ganz schön schweres Szenario, ne? Alter Schwede. Das ist eine anspruchsvolle Lok. Ja. Ist halt ein Quick-Drive. Jetzt nicht 50 mal halten und bremsen, sondern nur einmal bremsen und aushocken. Ja. Und das muss dann aber auch sitzen, ne? Ah, schauen wir mal, ne? Jetzt braucht man keinen Druck. Da muss sofort Druck aufgebaut werden. Ja, 200 Licht an. Die will auch gar nicht mehr fahren, die Lok. Gerade. Hm. Ich bin in Fahrstufe 39, mehr hat sie nicht. Das reicht auch. Ich glaub, so viel hat gar keine andere Lok. 39 Fahrstufen. Ja, du hast auch keine Zeit, man soll erhalten, ne? Ist doch super. Ja, ne? Guck dir das an. Wie schön die Regentropfen da auf der Lampe. Diese Schatten. Boah, das ist ja toll. Alter. Das hat mir immer weh, wenn ich die Schatten abschalten müsste wegen Performance. Ja. Das hat sich ja erledigt, aber das hat mir immer am meisten weh getan. Die Schatten machen sehr viel Atmosphäre aus. Auch von den Scheibenwischern hier über das Automatorenklett. Ja. Drafaumschaltung auf 120. Ja. Können wir auf 140 hochschalten. Und ich glaub, war da noch 120 angezeigt. So. Fahrstufen müssen dafür kurz ablaufen, sonst dürfen wir den Trabo nicht umschalten. und die Lüftung muss komplett an, weil sonst die Nachlaufzeit von den Lüfter zu kurz, dass man den Motor überhitzen würde. Jetzt muss ich kurz den Trabo suchen. Jetzt mal die Sifa. So. Da kann man nämlich auch verhindern, da darf man dann auch rumschalten. Wenn man vorher die Fahrstufen rumgeschaltet hat. Hier rum. Ich bin nicht leise. Ich bin super laut. Ah, jetzt könnte es besser werden. Aber ich glaub, die kommen trotzdem nicht über 200 rüber. Zwangspreisungen hatte ich gestern Abend in meinem Stream. Ich hab gestern mal testenshalber gestreamt, mal zu schauen, wie das funktioniert. Kriegt man durchaus hin, vor allem wenn man viel Chat liest. So, und das ist nämlich genau das. Über 200 meckert jetzt schon die LZB rum. Ja, ja, ich werd ja langsamer. Ja. Deshalb diese Travo-Umschaltung, die ist auch nur dafür gedacht, wenn man schnell aus dem Bahnhof raus muss. Früher ging das, am Anfang hat man die 103 nicht so gequält. Wie zu vielen Wagen, da war die für vier bis sieben Wagen geplant. Später hat die dann, da gab's den Intercity noch nicht, da gab's den TEE noch. Und als dann der Intercity eingeführt wurde, musste die dann auch mal mit elf Wagen fahren. Und da war die gnadenlos überfordert und das hat den Verschleiß dann auch gesteigert. Aber dann ist man 140 angefahren bis auf diese Höchstgeschwindigkeit und hat dann wieder umgeschaltet auf 120. Jetzt sind wir schon aus der Bremskurve raus, da musste ich mal zwangsbremsen. Sonst krieg ich eine Zwangsbremsung, also ohne zu warten bis die Leistung abläuft. Die muss da der Nadel folgen. Chatlesen muss dein Beifahrer machen, mache ich. Ich lese den ja auch. Sollst du vorlesen? Ah, ich hab immer mal so ein Auge drauf, wenn ich was gefragt werde, dann wird's schwieriger. So, wir müssen runter bis auf 100. Nö, ich bin der Nadel gefolgt, der Kurve da, der Bremskurve oben. Der Zwangsbremsungskurve. Ja, der Kurve da. Ja, wenn du da drüber bleibst, dann kriegst du die Zwangsbremsung. Ja. Ja, der absolutste Haus. Ich schätze nicht, wenn die Zwangsbremsung gefolgt wird. Ja, du kriegst heute noch eine. Zwei hatten wir ja schon. Das bestimmt noch eine drin. Ich hab ja schon mal vorgelegt. Ja, der schlaue Rob sagt vor. Ja. Da haben sich die Bayern wieder dann verbaut, ne? Unglaublich. Oder ja. Dann die Kurve und dann die Brücke. Aber die Brücke sieht nachts gut aus. Ja, die ist richtig schön blau beleuchtet. Ja. Wie hast du denn deine Wasserqualität eingestellt? Ich glaub' auch nie. Ich glaub' auch nie. Wasser braucht doch kein Mensch. Schon mal Hamburg rausgefahren? Ja. Links und rechts der Hafen? Ja, wenn du hier auf Hochraste bist, wird das Spiel ab, oder? Nö. Wasser nimmt nicht so viel. Aber man braucht's halt nicht, ne? Ja. Ja, gut. Dann würde man's wirklich brauchen. Nein, Hamburg ist ja ziemlich übersammeln. Ja, das ist das Ende der LZB. Das war gerade das Hupen eben. Habe ich bestätigt. Das hört ja kurz bei der Hauenstädter Straße, was hier als nächstes kommt, hört das ja auf, die LZB. Oder fängt an hier nach dem, wohin man fährt. Also nicht, hast du das Szenario von Scrapex? Ja, müssen wir gleich mal nachdenken. Das werden wir gleich mal checken. Ja. Jetzt kommt das Ende, das bestätige ich nochmal. Vielleicht war ich eben auch nur zu schnell. Ich habe hier nämlich mit der Dampflok immer diesen Gegenbremsdruck gemacht, ne? Ja. Wieso? Du vergewaltigst die Lok. Ja. Dafür ist die nicht gedacht. Ja, böse. Aber das ist auch schwierig zu bremsen. So ein echt vielleicht, wenn du da so ein Hebel in der Hand hast, dann mag das gehen. Wieso hast du zu viel gemacht? Ich meine, was macht man das? Das ist gar kein Gegendruck. Nein, das macht man nicht so. Nein? Nein, also zumindest nicht bei der BR52. Das macht die wohl gar nicht. Ich meine, der emulierten ist das egal, ne? Und zum Fahren war das echt leichter. Ja, ich glaube das ist auch immer so. Der Bremsdruck, der ist ziemlich schwierig da einzustellen. Die reagieren auch so spät, die Bremsen. Ja, gerade wenn die mal einmal angelegt sind, dann kriegst du die schwer wieder gelöst, ne? Ja, das dauert ewig. Ja, das dauert ewig. So, Landeanflug. Heute mal ein Stream mit Lando. Ja, Schutzsignale, sehr schön, alles hier verbaut. Ja. Die haben alle hier voll was gegeben. Diese Schutzsignale, die sind richtig fies, ne? Wir haben erstmal direkt eine Zwangsbremsung eingehandelt. Die sind dann auch unter der Brücke. Und dann gab es diese eine ICE-Aufgabe, ICE-3-Aufgabe. Und das übersiehst du einfach. Dann donnerst du da über so ein kleines rotes Signal. Ja, aber dann ist es direkt in, ne? Ne, das habe ich ausgeschaltet. Ne, das Schlimme ist ja dann noch, wenn danach direkt eine Weiche folgt, die ist noch falsch gestellt oder so. Ja. So, alle taub. Hört auch keiner mehr die Durchsage, ob wir pünktlich waren oder nicht. Ja, so lange ist der Zug nicht. Sankte Bremsung. Ja, super. Schön die 103. Aber wie sind denn die Texturen so von denen geworden? Sieht doch anständig aus. Ja. Ist jetzt nicht irgendwie wischi waschi. Ja, erreicht. Ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt so 10 Minuten Pause noch was? Ja, machen wir 10 Minuten Pause. Und sind dann gleich wieder da. Ja.